Es ist Weihnachten auf Hof Eicheneck und der Zauber zeigt sich in seiner ganzen Pracht. Letztes Jahr zum Heiligen Abend durften die Kleinen noch dem Weihnachtsmann aushelfen, da ihm zwei seiner Renntiere krank geworden sind. Vicky möchte aber auch dieses Jahr für den Fall der Fälle vorbereitet sein, falls Joey nochmal zum Nordpol beordert wird. Na, was machst du denn? Ich verkleide Joey für den Weihnachtsmann, falls er ihn wiederhaben möchte. Oh, der sieht so schön aus. Hallo Joey. Donnerwetter. Schick, schick, schick. Richtig schön. Ja, super. Ich möchte mir Konrad holen. Und eine kleine, äh, Joey, Joey, Joey. Schlingel. Ich will mir Konrad holen für eine kleine Schrittrunde, weißt du? Ja. Und denkst du daran, dass du den Platz dann wieder leer räumst? Ich war gar nicht heute auf dem Platz. Wieso, aber da liegt doch irgendwas. Ich kann mal gucken gehen, aber ich war heute noch nicht auf dem Platz. Okay. Na komm Joey, wir gehen mal zusammen gucken. Gehen wir mal gucken. Na komm Joey. Gib den mir mal auf. Das ist ein Sack. Was ist das? Ein Sack. Warte. Gucken wir mal rein. Sicher, dass der nicht von dir ist? Nein. Warum soll ich den Sack dahin nehmen? Keine Ahnung, irgendwie als Scherz oder so. Joey findet den ganzen hier interessant. Was ist drin? Guck mal, hier ist sogar ein Leckerli. Hier ist ein Leckerli. Okay. Und ein Brief. Ah, schon wieder ein Brief. Post vom Weihnachtsmann. Gucken wir mal. Da bin ich ja mal gespannt. Joey auch. Frohe Weihnachten, liebes Hof-Eiten-Eck-Team. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich dafür, dass ihr mir im letzten Jahr eure beiden Fohlen, Jack und Joe, ausgeliehen habt. Sie haben einen super Job von meinem Schlitten gemacht. Ja, hast du gehört? Super gemacht. Auch wenn es ein wenig nervig war, Joey in den Pausen ständig davon abzuhalten, die anderen Rentiere vom Geschirr loszubinden. Joey, ich hab doch gesagt, sei brav. Dieses Jahr sind glücklicherweise all meine Lieben gesund geblieben. Nur haben sie bei ihren Übungstrügen irgendwo über dem Wenzlager Wald meinen Geschenkesack verloren. Oh nee. Bitte helft mir auch dieses Jahr, Weihnachten zu retten, indem ihr meinen Sack wiederfindet. In weihnachtlichen Hoffnung, euer Santa. Was gibt's da nicht? Okay, dann gehen wir jetzt mal suchen, ne? Super. Aber dafür nehme ich nicht Joey. Dafür nehme ich Kaffi. Und so begeben sich die Weihnachtsretter auf die Suche in den Eichenecker Wald. Voller Hoffnung, den Sack vom Weihnachtsmann noch rechtzeitig vor der Bescherung zu finden. Ich bin bei dem Baum gestern, das ist auch nichts. Das weiß ich auch nicht. Siehst du, was kann ich? Nee. Ich bin bei dem Baum gestern, das ist auch nichts. Aber ich kann mich nicht mehr so gut. Ich bin bei dem Baum gestern, das ist auch nichts. Ich bin bei dem Baum ganz glücklicherweise. Ich bin bei dem Baum gestern. bis jetzt habe ich noch nicht dann müssen die beiden und meinen gang schneller einlegen tja wo er den wohl hingeschmissen hat warte mal im küchen ich glaube ich suche von unten weiter und weil die beiden nachtblinden weihnachtselfen nun schon das nächste mal an dem alten sack vorbeigelaufen sind nimmt campino das jetzt mal in die hufe was denn ja ich habe ihn ja cool warte ich komme kommen der ist schwer okay was machen wir jetzt damit reingucken reingucken der ist vom weihnachtsmann ja und wenn wir hier ein tor haben ich gucke da nicht rein nachher kriege ich keine geschenke dann mache ich das halt halt mal ich gucke doch mal wieder frohe weihnachten liebe zuschauer und bewohner von hof eicheneck wenn ich in der vorweihnachtszeit nicht gerade wunschzettel lese schaue ich gerne auf eurem youtube kanal vorbei und freue mich über die vielen schönen kommentare unter den videos und natürlich über die pferde und deren besitzern denen es häufig so viel besser geht nachdem sie euch im adlern besucht haben und weil ihr immer alles gebt was ihr nur könnt habe ich in diesem jahr auch was für euch für joey soll eine neue herausforderung sein okay neue herausforderung das hört sich ja das kann nur das sein ein sicherheitsverschluss der guckt wirklich die videos ja der hat bestimmt gesehen dass joey sich befreit damit kann er sich jetzt nicht mehr befreien für konrad happy und campi eine ganze tüte ihrer lieblingsleckerchen naja es knistert was ah ja ich weiß was du noch lieber max konrad bananen ja aber die sind auch nicht schlecht für sito neue glocken neue glocken ja glocken für sito ah ja glocken für sito so und für jackpot ein hübsches mützchen kein mützchen das kann nur ein echt eine mütze für jack so benimmt sich jack auch für wiki habe ich einen taschenrechner eingepackt in pink naja wo machen wir weiter und für den kameramann etwas damit der winter länger durch hält das können nur handschuhe vielleicht ja sehr groß xl das ist definitiv nicht unsere größe was möchtest du mir sagen konrad die hätte jetzt auch gerne gehabt und für ariane hat leider nichts mehr in den sack gepasst du bist aber ja eh jemand der lieber gibt als nimmt dennoch sollst du dieses jahr nicht leer ausgehen darum schau einmal in deinen weihnachtskalender und öffne das 24 türchen wenn das blöckchen klingelt okay jetzt bin ich aber gespannt ich auch warte ein wunderschönes fest wünscht euch santa klaus ps den sack bitte heute gut sichtbar auf den reitplatz stellen wenn keiner hinschaut werden ihn meine elfen heute noch abholen so dann lass uns mal zum vierundzwanzigsten tücheln ne das sagt jetzt alle So, dann öffne mal dein Geschenk. Das soll ja nicht in den Sack passen. Ja. Was? Lass mich auch gucken. Ey, wach auf! Wo haben du das? Du hast ihn. Ja. Frohe Weihnachten Ariane und herzlich willkommen auf Hof Eicheneck Lachor. Die Geschichte, wie der 4-jährige 1,85 Meter große Wallach aus Dänemark seinen Weg hierher gefunden hat, erzählen wir aber ein andermal. Musik Jetzt ist die Zeit irgendwie schon wieder so dahin galoppiert. Wir haben unheimlich viele tolle Sachen in dem Jahr kennengelernt, wir haben verschiedene Events kennengelernt, wir haben ganz viele tolle Menschen, Pferdebesitzer, Zuschauer, Kommentare lesen, kennenlernen und anschauen dürfen. Das ist also wirklich richtig, richtig krass, so wie ich es immer sage und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit gar nicht gerechnet. Damals, wo wir mit dem Verfilmen angefangen haben, mit Happy Feet, Pferd steigt und klebt, glaube ich, so war der Titel. Damit hat alles angefangen und dass wirklich dann so etwas da draus wird. Ja, ich glaube, hast du damit gerechnet? Nein. Ich habe allerdings auch nicht damit gerechnet, dass das Küken mal größer wird als ich, aber es ist auch so. Total Wahnsinn. Und ich freue mich einfach wahnsinnig auf das nächste Jahr. Wir werden wieder ganz viele kennenlernen, viele Pferde, viele Pferdebesitzer. Ich glaube, ganz viele Erfahrungen sammeln mit unserem ganzen Zuwachs und unserer Hofverschönerung und ich muss einfach nur sagen, ich bin unheimlich dankbar für das, was wir hier wirklich alles geleistet haben, aber auch leisten durften, weil halt so viele Pferdebesitzer Vertrauen in uns gesteckt haben und uns wirklich ihre Pferde hierher gegeben haben. Das ist überhaupt nicht normal, finde ich. Ich würde mein Pferd nicht weggeben. Und da muss ich wirklich sagen, alle Achtung. Das finde ich ganz, ganz toll. Ja, und was ich wirklich Wahnsinn finde, ist, wir haben eine riesen Fangemeinde. Das hört sich für mich immer ganz befremdlich an, weil wir machen hier unseren Job, wir machen unsere Arbeit und unser Bestreben ist es natürlich, das gut zu machen. Aber Fans ist wieder was ganz anderes. Wir können wirklich teilweise gar nicht mehr irgendwo auf eine Veranstaltung gehen, ohne nicht angesprochen zu werden. Daran muss man sich wirklich erst mal gewöhnen, dass jemand Fotos machen möchte, dass jemand eine Autogrammkarte haben möchte von uns. Das ist wirklich der helle Wahnsinn und wir haben wirklich eine ganz, ganz treue, ja was, wie nennt man Chrissy? Also Chrissy ist ein Mensch, die schickt uns wirklich riesengroße Pakete, sehr große Pakete für jeden etwas. Oder auch Daniela, glaube ich, die jetzt schon zum zweiten Mal Bilder gemalt hat. Immer wenn ein neues Pferd kommt, wird ein neues Bild gemalt. Und das ist total Wahnsinn, weil nur durchs Zuschauen, ich finde es einfach schön, dass wir Menschen bewegen können, Pferde bewegen können, uns zu vertrauen. Und das wollen wir auf jeden Fall im nächsten Jahr auch noch machen. Und da hoffe ich mal so, dass uns das genauso gelingt. Der Kameramann, die Produktionsfirma uns hoffentlich auch so schön treu erhalten bleibt, weil ohne die ist das Ganze natürlich auch gar nicht möglich. Und ja, ich freue mich aufs nächste Jahr, wünsche allen da draußen ein ganz schönes Weihnachtsfest und einen gelungenen Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann alle im Jahr 2023 gesund und munter wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020